Ich habe mich das erste Mal in der Akademie drüben gesehen und da war er schon auffällig gut. Da hat man schon gesehen, dass da etwas heranwächst, was irgendwann einmal bei uns in der Kampfmannschaft Platz finiert. Mein erster Gedanke war immer bei der Aussage zu bleiben und ich bin auch froh, dass es jetzt so geklappt hat und dass ich jetzt weiter meinen Weg gehen kann. Für mich war das jetzt hier die einzig richtige Lösung für meine Entwicklung.